Hallo Leute, ich bin's wieder Daniel und heute letztlich wieder Megaman. Beim letzten Mal, wo ich verzweifelt aufgegeben habe, versuche ich es heute nochmal. Und Manu ist heute auch dabei und diesmal wechseln wir uns sogar ab, weil er ist diesmal wirklich bei mir und nicht nur am Headset. Und wir haben uns so gedacht, dass wir immer wechseln, wenn der eine Game Over ist. Also nicht nur, wenn der nur einmal gestorben ist, sondern halt direkt in Game Over. Ich fange mal an Leute, also es wird witzig. Nein, geht's nicht. Oh mein Gott, nein. Junge, ich will nicht. Will ich nicht. Nein. Oh, fängt schon immer gut an, Alter. Der fängt immer so gut an. Nein, keine Musik hören. Nein. Die gebe ich jetzt schon auf den Sack. Ich habe das Spiel. Ja, natürlich wird ich noch getroffen, natürlich. Das Spiel ist halt immer so ekelhaft. Ja, natürlich. Hä, was ist denn jetzt los, Alter? Was ist denn jetzt los, dass soviel auch immer kommen? Oh ja, jetzt kommt einer meine Wiespassagen wieder. Oh mein Gott. Ja, dann hilft mich das Ding auch noch. Es ist so behindert, Alter. Ich weiß, dass ich wieder ausrasten werde gleich. Ich kenne mich doch. Ich will das haben, ich will das haben. Wie ist es, Alter? Ja, doch war klar, dass es mich trist. Das war so klar. Du bist so witzig, du kleine Bitch, Alter. Ich liebe es. Wie kann es sein, dass er mich direkt... Immer hab ich Leben bekommen. Ich bin auch nicht viel. Also, was sowas heißt. Ich bin nicht viel, aber ich werde doch so oder so gehen. Also, wenn ich es beim ersten Raschen schaffen werde. Und Mario sagt schon jetzt nichts mehr. Ich brauche das Leben. Ich brauche meine Heilung, Alter. Nein, nein, nein. Ich will es auch wirklich haben. Oh, Junge, f*** ich doch. Das fängt wieder so mehr an. Das leckt auch dabei so wiederwärtig. Junge! Es kann nicht sein, dass es jetzt schon wieder so anfängt. Es kann nicht sein. Junge! Ey, Junge! Das Ding geht doch immer unten so auf den Sack. Ich mach's jetzt mal ganz anders da. Okay, ne. Hey, ich bleib jetzt einfach mal da stehen. Okay, das ist schick, das bringt mich jetzt doch nichts mehr. Junge! Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich wieder fast tot bin. Spassi. Du, Spassi. Und jetzt kommt diese Stelle, die kriege ich einfach nicht hin. Die kann ich nicht. Wie soll ich die auch denn können? Guck mal, das ist doch lächerlich, Alter! Ich glaub, du schlägst mich immer. Versuch's nicht. Oh, Alter! Ja, du kannst nicht mehr was dafür, aber ich versuch's nicht. Ey, das Ding geht mir auch schon so hart auf den Sack. Geh mir doch nicht auf die Eier, Mann. Ja, doch brauch ich eigentlich noch kurz. Ja, ich will's behalten. Erstmal. Hey, bitte. Weißt du, das behält eigentlich schon relativ gut. Dann kommt diese Scheiß hoch an so'n Stelle. Ich komm da niemals heil ran, Alter. Nee. Das geht gar nicht. Cum, das kann ich schon voll gut eigentlich. Ich hab den Scheiß schon studiert. Aber das... Das ist... Das ist schon... WÄÄÄÄÄÄ! BIS DU BEHINNTERTAYned?! Ich mach ich nicht, wenn ich... Junge, du gehst das mir auch wieder auf den Sack Geh mir nicht auf die Eier, Junge. Ja jungndein! Ich war nicht mal zwei! Nicht mal! lächerlich einfach das ganze leben ist lächerlich stecken junge das geht doch gar nicht das kann so gar nicht funktionieren wie soll das funktionieren sagt mir das mal bitte der rutscht da doch ab du bist dran du bist dran ich sag nichts mehr du hast es noch nie angefasst ich kann mich in der zeit ab reagieren ich habe keine lust mehr die kippe stoppen nein servus leute jetzt bin ich dran auch mich hört man mich noch also eigentlich ich kann das mikrofon auch ein bisschen so nehmen bereit muss doch der muss da drücken jetzt rutscht auch noch ich habe weggefetzt der schluck der typ also auch immer jedes mal meinte alter auf hauftrutschen alter ist das ist das fickhaft es ist lächerlich das spiel ist eigentlich wirklich gleich am anfang der kann auch noch schießen scheißegal schreit es durch der stadt schuss noch eine war da habe ich seine gepistet dort kommt der nächste fotzenknecht da ja auch so behindert ist halt echt zu schmerz so ein lächerliches spiel warte mal da irgendwie fleischton und der ballen das passt jetzt so mach einfach ein tschuldigung hey du scheiß pinguin verpiste ich hier verpiste ich immer dieses x gedrückt halten ich glaube ich komme nicht weiter als du wollte der scheiß die frau du bist so ein krüppel du bist so ein minderwertiger krüppel verpist jungen du hast du land ich glaube es wird gesperrt was kann er doch auch gott er kommt doch rein er kommt doch rein er auch verpistisch ich komme nicht mehr weiter als du was soll es jetzt heißt nicht mehr weiter als ich ich weiß nicht ob ich das spiel will ja klar natürlich die verkehrt einfach immer direkt ich weiß nicht mehr sind voll krüppel auf ja übertrieben ich meine neue mann du muschi alter was bist du nur für eine muschi ich sehe das jetzt schon nicht mehr ein alter nein und dann werde ich noch getroffen du kleine bitch alter ich sehe das nicht einer schon am anfang so wieder schaden bekommen das ist so behindert und trotz schaden natürlich ich liebe es ist mein leben ich finde es so geil wieso springen ich bin ich eigentlich so minderwertig bin ich so ein minderwertiger hurensohn dass ich einfach jetzt schon springe ja und kommt mir nicht auf den sack ja doch ich kann nicht bleiben ich kann da bleiben man für das leben haben jetzt kommt der psd das leben ist so kacke das ist so kacke das ist voll kacke man der spawnt immer genau so dann da und ja kacke ist direkt wieder das beherrscht einfach schon das legt auch so behindert aber doch ich bin jetzt noch nicht mehr das ist doch eigentlich so einfach jetzt schon nicht mehr wie soll man das ist doch so behindert wenn das ding direkt wo du springst einfach schießt was willst du da machen junge du fortze du elendische du bist doch behindert du wurdest doch ja komm halt deine fresse mann uncool ihr muschies ich hatte solche muschies muschies genau ich kann nicht immer mehr deutsch alter solche muschies mann stirbt doch einfach stirbt und ich krieg dann immer noch schaden weil ich so minderwertig bin das ding zu kaputt zu hauen mann ich kann das packen eigentlich das ist eigentlich auch nicht so schwer also doch also ja ich warte ich mach die nö ich riskiert dass ich riskiere das jetzt nicht ich bin weiter ich bin weiter gekommen ein bisschen so ein bisschen schuss was ein pinguin ein scheiß pinguin der da fliegt vor allem wie fliegen pinguine das geht doch gar nicht meine fresse ein scheiß pinguin es sind sogar meine lieblingstiere und es geht mir auf den sack ein scheiß pinguin wie minderwertig verreck du dumme bitch alter und ich spring noch ein scheiß pinguin ich glaube es ja nicht mir geht's gut leute jetzt fantastisch wieso ich krieg das jetzt auch nicht mehr ich bin viel zu blöd dafür ein junge meine fresse junge bist du du dumme minderwertige wieso pack ich das jetzt nicht mehr das ist doch nicht schwer das ist wirklich nicht schwer ich krieg's nicht hier Was war denn das jetzt? Bist du behindert? Auf ein neues. Auf ein neues. Wir mögen das doch. Ich hab mir schon gar nicht angesagt, du behindert. Genau. Hier, komm. Das können wir. Mann, Megaman, das packen wir. Mach. Kein Scheiß, du kleinen Schlampe. Bist du behindert, Mann? Du minderwertige Fotze. Ich glaube, ich stehe. Ich zieh das jetzt nicht an. Was? Du darfst wieder. Ich hab keinen Bock mehr. Ich stelle euch schon beim ersten Traumfeldbombs. Ich mach das besser. Ich bin schon mal einen Schritt weiter wieder, was das hier anbelangt. Alles cool. Automatisch feuert. Ach so, wir können auch automatisch feuert. Auf drei Euro. Genau. Das ist ein Verrissen. Ey, du bist so eine Nutte. Alter. Verrick in der Hölle. Noch jemand in der Hölle verrickn. Oh Gott. Alter. Verrick. Ey, was wollt ihr? Ey, guck da mal. Dann packt er sein Scheiß-Fick-Schädel aus. Auch pisstisch. Oh ja, geil. Wie viele von den Fickern kommen denn, hä? Pisstisch, pisstisch. Ja, danke. Burensohn. Ey, deine Mutter hatte ich in der Massenorgie gezeugt, ne? Schwörst ihr? Und sie hat sich gewundert, okay, ich sag uns gar nicht. Und sie hat sich, sie hat sich sogar gewundert, warum er nicht bellt. Scheiß-Drecksgesicht. Ey, verkackt schon, aber einfach bei solchen Kackgesichtern. Gibt denn? Kippt dich mal! Da, kommt ein Spallergläscher drauf. Ja, was sollst du denn da reißen? Oh, eben. Geil. Den hab ich hartkoll gegeben. Ich glaub ich auch hartkoll gegeben. Scheiß-Arschloch. Scheiß-Kriegsgesicht. Ey. Ey, wie kommt man dann bei dem Scheiß-Pickel-Gesicht da vorbei? Geil. 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 Oh, ich bin weiter. Oh mein Gott, Pinguin verpistisch. Oh, verpistisch. Verstehst du? Ich hab's mit den Blöcken. Ich bin mal ganz, wie es macht mit den Blöcken. Oh, wie schnell das Gott. Geil. Boah. 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 Scheiße. Verlust. Ja, Leben. Noch mehr Leben. Sie ist ein Frau, ey. Ha. So geil, ne? Oh, jetzt wünschte ich viel Spaß. So. Äh, was ist das? C oder G? C. C. Sie schon? Ja. 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 Nein, du scheiß Block, du, du kannst so geschlachtet, Ante. Alte! Verrägt doch, ja, danke. Fällt das, Dorsch. Ah, wie geht das jetzt? Wurde, ich muss da hoch. Okay. Okay, das, das wird jetzt lange dauern, Leute. Das ist jetzt sehr lange dauern. Ich laufe jetzt einfach hier lang. Ich glaube, ich muss zuerst da hoch. Kann er da hoch? Kann er nicht, ne? Und er zu behindert ist. Ja, das merke ich mich schon. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Ah, ha, ha, ha. Werke sind scheiße? Ich hab dich da so sollen gewöhnen, aber. Ich hab zwei X gedrückt, aber. Mega, weil das ist einfach zu behindert für alles. Ich merk's schon, ja. Er ist sogar zu behindert zum Springen. Das ist, wow. Mega, mega, aber keine. Ah, ha, ich hab vergisst zu drücken. Ja! Und er muss auch blöd. Er hat auch gemessen. der blaue gibt mir kraft weil er ist kann ich gleich die henne ich war wirklich bei der stelle weine schon genau drauf bis der rutsche sofort runter also heißt das praktisch wir können das gleich vergessen und ihr könnt immer schön dick fährt die arschkärbe kronen macht doch mal hin braucht drei stunden danke da warst du nicht sicher wie was ich klingen muss das ist wunderbar ja danke ey drück ich drück doch jetzt stört dir eine kleine missgeburt ne guck mal mit seinem krater gesichter ja 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 bei der herr war es noch mal stückwürdiger zeit auf den tatsch das ist das ist nicht gut das start aufs reich muss der reich das ist schön natürlich ich war schon die kontrolle schwitzt halt nur als ob er ein eigenleben führt hey wer hat er das erfunden dass ein block rutschen kann kannst du dir auch spaß dies du kackblock besterben ich krieg jetzt schon das kotzt hier genau hübs 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 zweitgesprungen ja dieser block der immer im weg ist manchmal leider das war zu früh ich schwertig da ist so eskalierende hübs doch einfach da drauf spaß die gesicht guck mal anlante hübs 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 ejib ne Buckingworld da steht da muss er ja okay gut das ist verstanden mega wird eigentlich mal geschlagen werden ja ja ist das geil das spiel selbst wird sofort holen wenn du die pasage nach haben soll es mir dann bin ich zu weit gesprungen mit dem hässlichen ort willkommen ja ich bekomme gleich ein gefühl dass die kontrolle kaputt wird das ist ja nicht so schön für mein geld ich schwöre ist der megaman hol ich mir zu 100 prozent ist das geilste spiel eu nicht das geilste spiel der eu das ist mir scheißegal ja kack schlitz auge danke danke dir das macht danke dir ich könnte mal so den kopf knutschen dann bist du gut ich könnte einfach so es sagte dann bist du auch hier schon das ist scheiße mit rechts gerade hat es irgendwie so gemacht dass ich so gegen schießt und danach das war aber eine andere ich kann das war eine andere das hat gewählt bist du kack gesicht ich kann doch nichts machen ich habe keine bohken dieses du mein lecker warte wieder dumme kino du und so alter was ist denn bei dem jahrs Und da krieg ich echt das kotzen Jetzt ist das scheiß Hurt so viel auch noch am Leben Ich bin so weit gekommen Das ist eigentlich wieder so dösartig Ey, ihr bleibt zu gleich leben, der den scheiß macht Danke dir Hoffe ich kommst du nie wieder und stirbst einfach Verreckst für immer Ich musste auch zuerst Gut Alter Ich sterb jetzt schon Ey, du bist so eine Missgeburt Du bist so verpixelt wie die Muschi, meine Ex Ah, ja Ich will es da hin Ich kann sie mal anschreiben Ach, schreib aber du verpixelt die Muschi, wie geht's dir? Hehehehe Ich glaub, du bist so eine Missgeburt Da pickst du die Muschi, meine Ex Alter nein Ich hab's geschafft Das ist mal ein scheiß Wunder Und du kleine Kat Muschi Verpiss dich sofort, Alter Ich bock's dich so kaputt Das glaubst du gar nicht Auch hier Ich hab schon das Gefühl Hä, hast du wohl so gedacht, ne? Hast du wohl so gedacht, ne? Ah, komm hier Verreck Alter, das macht's auch jetzt extra, ne? Hä? Kannst du mal dickfettes Arschloch lecken Ah, diese Schuhe Nein, 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 Block, Block Ey, das ist so scheiße, das ist so scheiße Es gibt nicht Leid Ja, das ist zu langsame Ich muss die Muschi durchlassen Die Rückenlos ist meine Wette Um sowas durchlassen zu können So langsam aber auch ein Gefühle, ne? Ja, wenn ich weiss ein Alfermente Ah Gott Ich krieg nichts kissen Der schießt auf mich Er schießt eiskalt auf mich das ist das war das war jetzt ein fehler und der rutscht aufzubringen das ist auch so eine sache was mich an den typen so hart ankratzt ja gut ich schwöre meine hände komm megaman bau jetzt keine scheiße schwörst du schockstisch ich hab gesagt ich brauche keine scheiße hey dieser eis man das ist so überhaupt so eine scheiß map erfunden hatte du kackes ich hab grad hardcore erschreckt der typ will einfach ist so ohne mal dahin wie der guckt einfach so ein scheiß grad das ist ja stimmt schon ich hab sie zwar nie gesehen aber ich glaubst du und dann muss sie doch sehen ein spaß spaß was schon mal ein schlöpfe ein scheiß schlöpfe der der füttert ist ein superhölten da hat ein spaß drauf wichtigkeit gefickt habe dass ich mir aber auch nicht mal ist wenn ich da oben stelle dass ich ihn treten kann nein kann ich nicht und dann immer ich hab' genau genau weg auch wenn er auf der fall ja das ist auch nicht voll das ist echt toll so was soll er zwar spaß machen dann habe ich echt was falsches verpasst ich glaube ich bin einfach schafft er kann zu sein ich hab' das spiel geschafft ist halt weil du äh 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 es klingt schon verlockend wenn man sein kann zu werden es klingt schon verlockend na alte voll das dumme ist einfach er zieht seine unterhose über die Hose so ein spaß ja wie es muss mega man bist ein scheiß man das bist du fotzen gesicht und dann kommt das scheiß teil und bat mich nach rechts so ein kack gesicht so ein so ein so ein so eine schwanzfresse Alter ich schaff's dir so aus ey grad wo ich hochspringen wollte verpisst du dich wieso könnte ich es nicht einfach mal stehen lassen müsste ich so behindert machen ja von eigentlich ist das ja ganz so schwer aber ich hab's wusste so den nicht an die macher wollte ernsthaft dass man dem auf die fresse kloppt ah wieder wechseln na na lass mal so ne ne weil da ne kommt der scheiß pinguine wieder ok springst du auch aus meiner mua und achte auch uuuhh 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 komm ja du scheiß tricks gesicht äh das ist so ein scheiß spiel ich bin game over wir sind immer noch nicht durchs Leute das heißt wir sehen uns beim nächsten Part also bis klein Leute